ja leute was geht hier das tut gut ja leute oh shit ja sieht doch ganz schön gechillt aus schön sauber alles was ist als besseres als im Kino ein schönes Klo zwar das tut gut ja sehr schön das Klo ist das beste hier ein Klo ja ja hallo und willkommen zu meiner weiteren Aufnahme von Gavis Mutt heute mal im Kino na wie sieht das denn aus scheiße ja ich wollte ja auch eigentlich GTA 4 aufnehmen aber irgendwie geht der Registrierungscode nicht dann steht da irgendwie hier Registrierungscode oder Registrationscode ist falsch eingegeben ja ja leute da sind wir wieder sorry dass ich Aufnahme neu starten musste aber ja ich hab's verkackt ähm ja hab ich wirklich genommen grad ne äh ja was gibt's hier nix Senior Mainz was ist das denn äh gehen wir mal ins private Theater da war oh leck ja toll so ich hab da was völlig vorbereitet ja zack da jetzt guckt das die Kühe die Kühe waren wieder fleißig für Hermann heißt das Jauche fahren muss alles gemacht werden ein echter Drecksjob sagt Hermann Jauche fahren ist Männersache da lässt er sich nicht helfen auch nicht von Hildegard Scheiße da Scheiße leck dir was früher ging das immer ruckzuck aber mit 72 ein Kraftakt Das sind deine Arte liebe Scheißteile Los weg die eigene Mühe das nervt aber ich hab's ja im Griff sonst Ja jetzt habt ihr mal AgroMaske kennengelernt so arbeitet er ne höchst professionell ähm was kann man denn jetzt machen hier also wenn ihr Videos habt die ich mir an reinziehen soll ok ich geh mal hier rein ja dann schreibt es mir in die Kommentare irgendein Video so was gibt es hier ein das im bernin im bernin bernin up for yuuu Mit Grand Theft Auto V Rockstar versucht zu re-imagine den Open-World-Game in ein number of ways. The Game World is beautiful, massive and diverse. The sprawling, satirical re-imagining of modern Southern California covering mountains and oceans, expensive stores and strip mobs, urban decay and untouched wilderness, beaches and backwoods, the sublime and the ridiculous, greed and hypocrisy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? So what are we doing here? We're working, amigo. For the first time, the game features not one, but three would be heroes. How? Michael, a once successful bank robber and now a less successful family man. You know, you're a real ass. What did you just say? All right. Go ahead. All right. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das war doch ein schöner Film, oder? Ja, das ist cool, das ist cool, das habe ich gemacht, juhu, das ist cool Jo, das mit dem Liste, das mit dem Liste, das mit dem Liste, das ist die Fick-Fuck! Fuck yourself! Oh, das ist wirklich kräppy. 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 Total bullshit. Fuck off. Jump off a bridge. Normal. Oh, das ist wirklich kräppy. Richtig geil. So. Und machen wir den mal. Mit der weiße Cashman. Ja. Wollte ich nochmal so sagen. Hä? Ja. Ähm. Ähm. Rocky, alter Rocky. Ja, ich glaub. Kino ist so nix für uns, oder? Ähm. Ich denk mal, ich werd auch mal. Aha. So. Na. Erstmal hier schon reinkacken. Nervt nicht. So. Schnell, schnell weg. Schnell weg. Ähm. Ähm. Oh. 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 hat mich gesehen. Nein. Just. Schnell weg. Ein Viech hat mich gesehen. So, was mache ich denn jetzt mal? So. Oh, das ist schön, Baby. Nein. Es sieht mich nicht, es sieht mich nicht. Nein. Hey, Lense, ganz ruhig. Jedem entweicht meinen Furz. Das ist doch klasse. Wir haben die Furzbarriere überwunden. Warst du ehrlich? Siehst du, das ist doch gar nichts. Ja. Ich fühle mich echt wohl mit dir. Ja. Ja, ich schau ab. Ui, ich schau ab. Und er merkt das nicht. Ich schau ab und er merkt das nicht. Ist das nicht geil? Ich schau ab und er merkt das nicht. Nein. Nein. Ach, da ist ein anderer. Äh, ja. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich mal Slender Online machen werde. Also, ein Video werde ich auf jeden Fall machen. Aber ich weiß nicht, ob ich da zu lang aushalte. Weil ich doch eine ziemliche Pusse in den Spiel mit... Nein, er hat mich gefunden. Nein. Äh. Was gebe ich denn hier? Hier. Was ist das denn? Was? Jihon da. Jihon. Ne? So. Äh. Ah. Äh. Äh. Ja, immer noch GTA 4 dran. Was geht hier so los? Fall fort. Ja, das sieht doch interessant aus. Watt. 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 Also, kack-video- Ja, we hau! DIRD! Oh! What the hell was that- DIRD! DIRD! Magnificit! Gentilmen! Slot mein Es! Noooo! You kids, den ihr don't know how to- DIRD! Gear Forwad! Go BEEEN! I'll do the hell! Move machine run! Today is a good day! Ich hoffe er hat mich nicht gesehen, ich hoffe er hat mich nicht gesehnt. Nein, nein! Nein, nein, schon wieder hat er mich gesehen. Ja Leute, ich habe keine Ahnung was ich hier noch machen soll. Also war doch eine Scheißidee von mir, sorry für die Scheißidee. Ja, ich würde dann sagen in der nächsten Folge sehen wir uns bei Slender Online. Ich habe ein bisschen Bock erschreckt zu werden. Was ist das denn für ein Schwuckel? Ja und dann sehen wir uns bei Slender Online. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!